Die Ministerien sollen Millionenaufträge an die deutsche Tochter einer Partnerfirma der Dienste NSA und CIA vergeben haben. Das berichten der NDR und die Süddeutsche Zeitung. Die Regierung habe 2009 einen Rahmenvertrag mit dem IT-Dienstleister geschlossen, für Beratungsleistungen in sicherheitsrelevanten Bereichen. So habe die Firma das Innenministerium bei der Erstellung des Personalausweisregisters und des Waffenregisters unterstützt. Von hier ließen sich die Bundesministerien offenbar gerne beraten. Der deutsche Sitz der Computer Science Corporation, kurz CSC, in Wiesbaden. Millionenaufträge aus Berlin gingen ein, etwa um den Quellcode der Spionagesoftware Staatstrojaner zu prüfen. Der Mutterkonzern der CSC in den USA aber gilt als enger Partner der NSA. Gingen sensible Daten also direkt zum US-Abhördienst? So wie sich das darstellt, ist also diese deutsche Division von CSC zwar unabhängig, aber sie gehört eben doch zum Mutterkonzern. Und insoweit halte ich es schon für möglich, dass das passiert ist. Daten werden natürlich konzernintern gespeichert. Und es muss nicht mal mit Wissen derjenigen, die konkret für die deutsche Regierung gearbeitet haben, passiert sein. Nach den Recherchen war CSC sogar für den Geheimdienst CIA tätig und half beim Kidnapping von Terrorverdächtigen, etwa im Fall des deutschen Khaled al-Masri. Über eine Tochterfirma habe CSC seinen Transport von einem Foltergefängnis in Afghanistan nach Europa organisiert und verschleiert. Für die NSA soll CSC in den USA eine Spionagesoftware für Handys und E-Mails entwickelt haben. Trotzdem bekam sie in Deutschland Aufträge, auch aus dem Bundesinnenministerium, so die Recherche. Hier will man von den Verbindungen zur NSA nichts gewusst haben und ließ sich beim Personalausweis und beim Waffenregister beraten. Es darf jetzt und in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr geben mit Firmen, die tatsächlich eng mit der NSA oder anderen US-amerikanischen Sicherheitsbehörden verwoben sind. Und dazu müssen wir aber selbst besser werden. CSC will sich zu den Recherchen nicht äußern. Laut Innenministerium werden alle externen Firmen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Womöglich muss sie im Fall der CSC nun wiederholt werden. Die Deutsche Post dreht an der Preisschraube. Das sind die